Musik Im Darmzentrum Niederrhein finden Patienten mit Darmerkrankungen kompetente Ansprechpartner für alle Fragen. Zu Untersuchungen, Behandlungen und Operationen. Das Zentrum im Marienhospital Wesel wird gemeinsam geführt von zwei deutschen Spitzenmedizinern, den Chefärzten der Kliniken für Allgemeinchirurgie und Gastroenterologie. Das Besondere an unserem Darmzentrum Niederrhein ist, dass wir uns gemeinsam für unsere Patientinnen und Patienten einsetzen und das mit all unserer Expertise rund um den Darm. Uns ist sehr wichtig, dass unsere Patientinnen und Patienten gemeinsam interdisziplinär nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen optimal behandelt werden. Ein ganzes Team von Spezialisten kümmert sich um die Bedürfnisse und Erkrankungen der Patientinnen und Patienten. Neben der Allgemeinchirurgie und der Gastroenterologie gehören dazu Röntgenärzte, Pathologen, Strahlentherapeuten und Schmerzmediziner. Außerdem sind Ernährungsberater, Psychologen und Sozialarbeiter an der Therapie beteiligt. Wichtig ist zudem die enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten der Patienten. Wenn Patienten zu uns kommen, steht am Anfang das ausführliche Gespräch. Was liegen für Symptome vor? Was für eine Einschränkung der Lebensqualität? Vorbefunde, Vorerkrankungen? Und dann geht es auch schon an die Diagnostik. Wie kommen wir zielführend und schonend an die richtige Diagnose? Und dann setzen wir uns im Experten-Team zusammen und stellen uns die Frage, was ist nun die beste Therapie? Da haben wir am Darmzentrum Niederrhein das ganze Portfolio zur Verfügung. Endoskopische Verfahren, medikamentöse Verfahren, operative Ansätze und weitere Ansätze. Immer mit dem Ziel, das Beste für unsere Patientinnen und Patienten. Zu den Krankheitsbildern, die im Darmzentrum Niederrhein behandelt werden können, zählen vor allem Geschwüre, gut- und bösartige Tumore sowie Polypen. Entzündliche Krankheiten wie zum Beispiel Gastritis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Weitere Erkrankungen, die im Darmzentrum Niederrhein therapiert werden, sind die Divertikelkrankheit und Verwachsungen, unklare Verstopfungen und Durchfälle sowie der drohende Darmverschluss, zudem Darmblutungen, Direktumprolaps, Hämorrhoiden und Fisteln sowie der Reizdarm. Muss ein Patient operiert werden, so gilt es, den Patienten auf die Operation optimal vorzubereiten. Dies bedeutet, dass man Risiken erkennt und diese dann auch vorzeitig entweder beseitigt oder verringert. Dies kann durch unterschiedliche Untersuchungen erfolgen. Diesem führen wir möglichst ambulant durch. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Prähabilitation durchzuführen. Das heißt, gewisse Risiken können durch Training und verbesserte Ernährung minimiert werden, sodass dann durch die Operation ein möglichst gutes Ergebnis erreicht werden kann. Die Vorteile für die Patienten dabei, im Darmzentrum Niederrhein finden sie alle notwendigen Abteilungen und Experten an einem Ort. Kurze Wege und ein schneller Austausch von Informationen sind garantiert. Damit stellt das Darmzentrum Niederrhein sicher, dass Patienten umfassend untersucht und behandelt werden können, schnell wieder gesund werden und in den gewohnten Alltag zurückkehren können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017